Herzlich Willkommen bei Calisthenic Movement. Heute gibt es mal ein kleines Test Tutorial und zwar werde ich diese Kopfhörer testen. Ich habe sozusagen einen Auftrag gekriegt, die mal zu probieren, ob die beim Tricking halten, weil ja da viele ruckartige Bewegungen stattfinden und ja ich werde einfach ausprobieren, ob die runterfallen oder nicht. Und wenn ich das gemacht habe, das werdet ihr übrigens gleich sehen, wie ich das mache und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen, wie die so sind. So als erstes probieren wir mal Benchpress. Sollte kein Problem sein, das ist ja nicht ruckartig, aber mal gucken, ob das Ding stört. Alles klar? So alles gut, tipptopp, nichts störendes. Alles gut. So, also Benchpress Test schon mal bestanden. Als nächstes fangen wir mal mit ein paar Flips an, als erstes Backflip am Stand. Klappt. Machen wir Auerbach. Oder auch Gainer genannt. Ist auch in Ordnung. Kopfhörer so noch drauf. Beim Sprung hat es kurz mal gewackelt, hier auf der einen Seite. Aber ist alles drauf geblieben, nichts ist weggeflogen. Alles super. Okay, dann probieren wir mal ein paar schwere Sachen. Zuerst Gainer Flash Kick. Mal gucken. Jetzt dreh ich mich schon so wie so ein Kommissar. Okay, also Gainer Flash geht auch. Alles drauf, es hat sogar nicht gewackelt. Dann machen wir mal einen Corkscrew. Genau so, tipptopp. Hat auch nicht gewackelt. Hält alles. Okay. Was probieren wir mal noch? Ähm, Frontflip. Wir gehen mal nach vorne in die Schaumstoffgrube. Und probieren mal Frontflip und ein bisschen Schrauben und sowas. Alles klar, auf geht's. Okay, jetzt probieren wir mal Frontflip mit 540 Drehung. Alles klar. Warte mal kurz. Du willst ein Stückchen vor? Test bestanden. Die Dinger sind noch drauf. Beim Absprung hat es kurz gewackelt, wieder auf der einen Seite. Aber hat sich alles wieder gerichtet, sind noch drauf. Und ich kann weiter Musik hören. Also alles gut. So, jetzt probieren wir nochmal noch eine kleine Kombo mit Seitflip und Rückwärtssaldo und Frontflip. Und ja, mal gucken. So, hat eigentlich gut gehalten, aber ihr seht, hier ist es ein kleines bisschen verrutscht. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich hätte trotzdem noch weiter Musik hören können. Also, ich würde dem Ganzen der Haltbarkeit eine gute Note geben. Okay, als letztes probieren wir noch einen Arabian. Das hat Stefan gerade vorgeschlagen, was eine sehr gute Idee war. Mal gucken, ob das hält. Tipptopp. Alles sitzt, alles ist an seiner Stelle, alles gut. Das war's erstmal vom Tricking. Ich habe jetzt alle möglichen Tricks, die mir so einfallen, gemacht. Ich werde morgen beim Kali-Training das Ganze nochmal probieren. Dort geht's dann weiter mit dem Test und dort werde ich dann auch weiter filmen. Das ist ja, ich werde noch ganzen. Das ist ja, ich werde schon mal kurz amen. Das war's erstmalig. Dein Tag. Bist Chris. Du hast ja. Und da, ich habe hier. Wir liegen.